Zuverlässigen Service rund um Kran und Lkw bietet die Heinrichs GmbH & Co. KG. Wir übernehmen Kranarbeiten und vermieten Kräne in Westfalen, Ostwestfalen-Lippe, im Hochsauerlandkreis und in Hessen, auch kurzfristig. Zudem sind wir Ihr Spezialist für Hallen- und Fertighausmontagen, die Montage von Windkraftanlagen, Verladearbeiten, Maschinentransporte und Demontagen. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. Untertitelung des ZDF, 2020